hallo freunde willkommen zu einem neuen video moin freunde was geht willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit keanu wie immer der hat ein neues bike wir sind hier noch an der yolo line gucken die uns an was es hier so neues gibt hier wird ja von der stadt was gebaut und wir zünden heute die trails oder? so leute gucken wir mal wie das so geht heute mit den wetterbedingungen hier am double ja klappt gut ich glaube ich mach gleich mal ein sui so leiden hier ist der keanu der will das jetzt senden leute da ist er der keanu ich bin auch ein bisschen gecased aber ich dachte mir ich ziehe den easy durch auf der gopro sieht das alles nicht so groß aus ich muss euch das mal so von der seite zeigen das ist das ist echt nicht genau stelle ich mal rein das ist echt nicht so klein also wie es auf der gopro aussieht das ist eigentlich viel viel größer guckt euch das mal an wir landen da guck mal wie klein der ist guckt euch das mal an leute das ist maximal ja leute wir sind jetzt noch kommen wir jetzt go jetzt go ich fahr vor oder hier geht es rein hier über die ursel der erste müssen wir ein bisschen abbrennen der 2 und der ddr ja digga boah die kurbe boah man hat ja immer so angst digga und der geht nicht wegen der kurve digga Wir checken jetzt mal hier die Flowline, Alter. Juh. Saugeil der Line, Alter. Boah, Alter. Ich hab hier irgendeine Downhill Line gefunden. Hier in der Keanu. Gucken jetzt mal, ne? Wir haben uns unten schon ein bisschen angeguckt. War ein Sprung, aber was ganz unten ist, haben wir noch nicht gesehen. Geil, Alter. Was ist das, Alter? Was war das, Digga? Ja, Leute, wir haben jetzt hier irgendeinen richtig kranken Spot gefunden. Gönnt euch das mal. Keanu, komm. Oh, leckes, ich mach's jetzt, Digga. Ja, Leute, ich glaub wir testen das jetzt auch mal. Let's go. Jo, Leute, wir haben jetzt hier so ein Dual Slalom Trail gefunden. Geht da so runter. Und wir schauen die uns jetzt mal an. Und fahren die mal. Mal gucken. Cool Slalom, Alter. Cool, Junge. Easy, Junge. Juh. Oh, was denn das für Kurven, Digga. Oh, was denn das für Kurven, Digga. Ich bin echt krank. Nicht krank. Ja, nicht krank. Nee, jetzt kommt das Schlamm, Digga. Oh, nee, Digga. Gott Digger Schon das habe ich gemeint Junge Digger guck mal wie dreckig Werde Abkürzung Yo Leute das war es mit dem Video Ja Leute war eine richtig 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 fette Session Wenn es euch gefallen hat lasst ein Abo da Und ja Leute wir sehen uns im nächsten Video Let's go Wir sehen uns im nächsten Video